herzlich herzlich willkommen zu einer weiteren fans mode battle heute gibt es aber es wird zwei sichten einmal aus den selbst einer sicht und einmal aus meiner halt nur aus meiner sicht ja was gesteht der dritte kampf als ich werde dich auch nachladen jetzt mal nachladen alles und wir können ja schon beginnen oder er wird dann haben wir also naja das ist der berg wie geht die game nur noch schnell dass man keine mobs mobs und ich schaue kurz nach dschuldigung einfach dschuldigung so fertig bei der game rules also mobs sollten nicht mehr du mobs boning fault hätte der unten sollte glaube ich noch medikit dann ist nicht mehr da so geht schon los so bist du kleiner wixer nein man man Was ist das? die hat aber ganz schön eine alter ja die habe ich ganz vergessen die flammen werfer naja grenade launcher haben wir beide irgendwas ja das war das war der grenade launcher ja granaten sind ja weil das ist wirklich gemein das muss ich regnen alter ich habe wieder vergessen ins bonpoint zu setzen da bin ich geil es gibt mich zu dir danke so geht es auch autos mit halbockett ich glaube ja geht schon wieder los ich setze mir auf explosive sachen die machen alle null schaden mann warte kurz das scheiß kabel stelle na wirklich das die rotz ich jetzt einfach das am boden ist mir wutscht so fuck so 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 he ich so bin ich so ach so ich bin dumm durch die dinge sind nicht so langsam ich renne in der umgangsschütze und fertigen bist du ich bin in der ziegelgasse haben eine straße jetzt haben zumindest straßen auch schon haben bekommen dem ihr son ihr erz oder was da bist du die hauen ganz schnelle nein ja schon wieder deswegen ja das sehen wir uns gleich 4 so nicht hat er ist eine sie das zyklon w kubo 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 obstet kub 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 lol haben wir gesunken Schnee ich bin irgendwie gar nicht so ein schleich weg die schleich ist der aufzug schon runtergefallen tja lol dankeschön der licht funktioniert doch Hahaha Hallo Jawohl Loll, Alter Du mies Geburt hast den Aufzug kaputt gemacht LOL LOL Hallo, grüßige Füße hier oben Ja? Ah, Bordenscheid, Alter Gott, ich hab dich ganz verhandelt, weil du gesagt hast, die ich nicht eben bin Da hab ich gesagt, ja, öh Ja, öh Hehehe Ich mag es in die Stadt versprengt jetzt Siehst du das? Du lebst nichts Das ist aber... Das hattest du letztens auch schon Ja, aber es ist immer gerückt, Alter Ich weiß nicht, was du willst Geh vor, Alter Ich spiele auf dem Karte selbst Nicht Ich hab' den Karte Ich hab' den Karte Ja, ich hab' den Karte Ich hab' den Karte Scheiß Haarflips Ich hab' den Karte Alter, du Wichser Alter, die ganze Bolle, Pando Oh Mann, ich hab' den Karte Die schtasen sich jetzt weg Ich kann ein bisschen rutschen Wieso ladet der nach, da waren noch 3 Muni drin Ich hab das, das Seen Blau blau Alter, was hast du da jetzt schon wieder im Pet Alter, das war Glück Shit Boah Wieso triffst du immer mit der Snap und ich nie, ich versteh das nicht Kleiner Lacker Na, endlich Die Kante Ich kann keine Kante Säger Entfernte War 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 Ah. Keine Ahnung, da waren auch Muni drinnen und sogar Cool Das ist umgekehrt Daher wo bist du? Ja du vergrüßt sicherlich Der Kreis nicht rüßt sich nicht so Der Kreis nicht rüßt sich nicht so Der Kreis nicht rüßt Der Kreis nicht rüßt Ich kann nämlich wieder die A-Katik Wir haben hier gestern ein A-Katik Ohten Queine Ahnung Vollciaug� Hä ich Grif ich nicht Der かsel Oh, lol, ging es halt nicht. Die Trench Gun hat ganz schön rein. Fuck. Ja, alles muss nachladen, natürlich. Wieso ladet alles nach? Ich verstehe das nicht. Der hört mich auch aus. Hä? Dem. Das ist die schönste Gangster. Du, Spass. Nein, bitte lauf jetzt ja nicht weiter. Loll, ich kann nicht anders. Ich sammle ein paar Blöcke auf, damit ich kauf. Das war dumm. Ja, Alter, wie er mich wegfickt. Tja, wie kommst du jetzt da jetzt rauf? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah, das ist definitiv nur ein Tensionback, ja. Au. Goddamit. Mann, du Mistgeburt, Alter. Häh, das ist so behindert mit der Waffe. Alter, was machst du da? Dem war das knapp. Mein eigener Blumenwerfer hat mich getötet. Laufst du schon wieder weiter. Snipe die Nieren wieder weg. Snipe die Nieren wieder weg. Sag mal, wie weit geht der Uhr ins Tunnel, Mann? Kein ist es nicht. Erzähl mir kein, dass ich den, dass das so lang geht. Loll. 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 Das war noch was drin. BAM. Das ist das eine Tür. 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 Jetzt opp gar nichts, man muss. Häh, ist oben nicht. nichts trifft du stehst Millimeter vor mir nichts trifft lol hey shit ok wenn du glaubst du müsstest die Leid vertreten alle sind werde ich um die Leidre die Leidre steckt lol was hat die Sniper dann findest du die Leidre lol ok nehm ich zurück so Sepp jetzt ähm ist es irgendwie keine Ahnung das höchste gleich alter bei mir ist die Leidre steckt hä hä da ist doch Muni drin warum ladest du nach ich glaube er legt die Munition dann rein dass ach so knoxen Ich bin so goddamn true, Mann, ich bin so richtig, Mann, ich bin so richtig, Mann, ich bin so richtig, Mann. Jett! Mit dem nicht zu vellen. Ich habe die Sniper nicht geholfen, weil es nicht zu easy für mich oder nicht zu finden. NIECE! Ich bin gerestet Du hast gerestet Da ist der HP Halt noch, halt noch, du bitch, halt noch du bitch Baaah Als ob du so viel raushältst Das muss nicht werden die gleiche Rüstung und er er warum triffst du und ich nicht NICHT! Geht auch runter zu rennen. Jetzt reicht's mal. Stopp! Alter, ich bin vorne gestartet, jetzt hab ich getroffen. Diese Server-Host-Probleme. Ich versteh das denn nicht. Jedes Mal, wenn ich die Waffe nehme, muss er das Magazin jetzt da rein tun. Wieso? Kannst du mir das mal erklären? Hallo? So sicher nicht. Müsstenschein. Kinosaal. Ich seh, es geschieht das alles. Oh, das Vollpress, das Vollpress, oder? Ja. Ja, haha. Der Liebes, Mann. Hehehe. 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 Stopp! Haaa! Mann, Alter, das ist ja nicht wahr. Wieso? 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 Kriegst du mich mit der Snipe und ich dich nicht? Das ist so nah, Alter. Das ist so lappenhaft, Alter. Ich schwör. So lächerlich. Richtig. Richtig. Wieso? Ja, ich mache das. Ich sage jetzt, dass wir es nicht so gut für Smarty oder? Ja, ich gehe weiter, ich gebe weiter. Ja, ich gehe weiter, ich gebe weiter. Ja, ich gebe weiter. So ist das, dass wir das gerne noch wissen. Ja, ich gebe weiter an. All das ist, dass wir das gerne machen wollen. Ich gebe mal an. Undso. Ich gebe das noch einiges Mal, wenn wir alles machen. Nein, er hat so einen Tamm, nicht mehr. Ich bin schon noch ein Tamm, ich brauch Gehmus. Ja, Alter! das gibt es nicht das ist so lächerlich das ist so wie ich so ein Feuer das ist so wie ich so ein Feuer jetzt klar du Hurenz ich bin fast tot das ist so ein Feuer 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 Alter lol Hä, als ob das alles nachladen soll Du Bastard Hä, das ist so ein verpackter Hurensohn Scheiß Ich schwör Sicher missgeburten Kinder, Alter Hä, noch verpackter geht's nicht Ich schieß die Medaillen ab, wo's geht Lug dich nicht Komm her Wieso, erst einmal, wieso ziehst du mir Schmerzschaden ab mit der gleichen Waffe Zweitens, warum treffe ich dich nicht, obwohl ich dich ganz gleiche treffe Nein, endlich Ja, was geht's Ich hab ein Gipschiff, ich kann ihn Ich hab ein Gipschiff, ich kann ihn Ich hab ein Fick, ich hab schon Der war einfach so Was für den der von Fack, der ist scheiße Ich hab das Ich hab die Gipschiff Schau, ich drehs dich nicht! Schmuchtelkönig du Keine Augen Bastard König, König du Was? Oh Alter, was? Ah, shit! Du, Freundin, komm! Ich brauche Nein, ich brauche Ja Nein So kriegt er den Kinn, wenn ich sein Name dabei stehe Dass ich jetzt die Gang crasher Sepp schreibt mit seinen Freundinnen Fünftliche Freunde Was? Du Bastard Erzähl mir keinen, verstehst du keinen? Halt Halt Hallo, du Hurenzumann F*** deine Munde, Mann Ach, F*** deine Munde, Mann, Abbrüder Bis die Hurenzwaffen nachladen, Mann, ich schwör Du hast doch Hurenzumann, die das bekommen hat Halt 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 Mach mit der Hand mehr Schaut Du stehst direkt vor mir und ich... Juckst ihn einfach... Gehst du wieder in den Zaulangen zu hören? Alter, ja, was musst du da nachladen? Da hast du eh nix Ich schwöre, Alter Gehst du so Zeit, da ich die Küche? Du hast da, Alter Ich versteh das nicht, das ist so verpackt, Alter Ja Die Snapper kannst du wegschmeißen, die funktioniert eh nicht, das funktioniert auch nicht, das auch nicht Nicht, also das ist noch weniger besser als ich Vielleicht nicht mehr Nein Ja, das ist noch ziemlich groß Ja, aber nein, der ist da ein bisschen geil Ja Kumpendeich Oh, die Waffe kriegen sie Das ist witzig Ich hab mich mal Spaß, wenn wir einen Teleporter geben Komm Ja, wo bin ich jetzt? Natur Natur Ok Sagen wir uns wieder los Müssen wir uns erst mal aufteilen Ja, du Bastard, ich hab gesagt aufteilen, Mann Bist du schwörig? Werden wir dafür auch über 20 Kinder machen? Wir sind beide mies geworden, Alter Halt euch nix zum Vorsprung Halt euch nix zum Vorsprung Halt euch nix zum Vorsprung Ja, du bist eine deutsche Switch Entwann ich wenig Mann Junge, stimmt es oder so? Wieso muss der nachladen? Bäm Du bist ein Fäckchen Du bist ein Fäckchen Du bist ein paar Ehem Du bist ein paar Ich gehes Fäck alle du mit deiner huernsniper die ganze triffst mich auch warum ich treffe dich nicht obwohl du direkt vor mir stehst das ist eine verpackte schiisch schiisch na schluch schluch Arschloch! Du schließt direkt, wenn mir das passiert. Abgebrochen! Oh! Nice! Das ist so eine Hurenzone-Waffe, wirklich, alle miteinander. Wann jetzt renn, was ist das? Kupfer. Das ist so eine Hurenzone-Waffe, wenn man nicht auf dich erreicht. Ich werde dich noch schlechter als deine. Du Bastard. Tja. Ja! Du Misse! Misse, Alter. Mann, du bist ein Fing-Kette. Hallo, ich hab keine giftigen Waffen, Mann. Ähm. Du Faggot, halt's dich ja nicht an die scheiß Regeln. So, was machst du jetzt zu unten, ne? Ja. Bastard, Alter. Du hast mich gefragt und ich hab Nein gesagt, oder? Du hast mich gefragt und ich hab Nein gesagt, oder? Ja. Du hast mich gefragt und ich hab Nein gesagt, oder? Ja, du hast auch keine Ausflug. So. Seid so nicht angenehm. Ich hab gesagt, kein Kranach! Nein! Nein! Das hast du auch nicht gesagt. Du hast das dann versprochen. Du hast mich gefragt, wie es geht? Ja, das hat mich gesagt, dass du das verstehst du hast. Das ist alles sehr enghörig! Ich muss mich gefragt, wie es dieses Spiel macht. Das ist ja enghörig! ja 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 Ich glaub's ja Ich spür, wenn du mich einmal damit killst, Alter, dann... Spielts Kanada Wolltest du? Bist du? Ja, ich bin grad von dem Fluss weggelaufen Dann straightforward Drei vaccin Ja, ich habe mit Stuhl gesagt Jawohl! Tja, und den Hund so fickt er es nicht. Ich habe dich mit der Hand getötet. Ich habe dich, ich habe das Messer gesehen, verarsch mich nicht. Nein, ist es da wieder ein paar Kills abziehen? Ich habe sie gesehen. Ich habe keine. Ihr habt keine. Äh, ich habe sogar auf Aufnahme. Dann schau, schau mit ihm weiter. Woher hätte ich das jetzt hinbekommen sollen? Ganz hin, schau. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich bin noch nicht Depp, was? Ich habe School für Aufnahme. Tja, brauchst du mir nicht, glaubst du. Bei dem spannendsten Battle muss man ausgerichtet werden. Tja, jetzt kommt alles zurück, uuuuuhh Hehehehe, jetzt sag ich immer so wie du BAM Ich hab mich selber getroffen Aufmalz noch ein bisschen kinda wikes Was? Loll! Hä? Ich hab das mit dem Team Command gemacht, ja? Ich hab geschaut, dass es mir da so ist. Ich hab' die Kamera gemacht. Ich hab' die Kamera gemacht. Ah, aber... Was? Was? Du... ? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was hast du für Effekte? 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 Alter, ich mache nicht immer was! Was hast du für Effekte? 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 ...durch diesen...durch die Granade weg... ...none...none... ...okay... ...durch zu weitern... ...weil nicht zu bleiben... ...machst du da bevor... ...mach fällt... ...ich steh kurz vor dir und... ...du bist so ein Bastard wirklich... ...du dein scheiß Messer wirklich... ...sonst schreck ich dich... ...okay... ...lappensohn kann sich nicht einmal die... ...Regel halten... ...ja... ...ich hab schon... ...woah alter... ...woll ich nicht richtig gescheatet? ...ja... ...ich hab noch gar nicht... ...wurden ein Tierkees abgezogen... ...verpackte Scheißdreckel... ...ich war... ...für mich auch... ...mach ich hab das auch... ...guck mal wieviel Muni hast du für den Scheiß bitte... ...ja... ...��es... ...verpackt... Ich hab die Wettel auf den Kiel gebrochen Ich hab die Wettel auf den Kiel gebrochen Ich hab die Wettel auf den Kiel gebrochen Das wird wurscht, du hattest die Wettel in der Hand Die Wettel auf den Kiel gebrochen Beenden wir das Battle jetzt einfach bevor es eskaliert Ja, dann war's das für diese Wettel Ein Kiel, ich hab die Wettel auf den Kiel gebrochen Ja, geht's, hier muss die Wettel in den nächsten Die Wettel sind so, wie wir, sag' ich, Wettel auf den Kiel gebrochen Ciao